einen wunderschönen guten tag liebe freunde der will immer wieder hier neues video neues unboxing ihr habt es vielleicht schon geahnt kommt ziemlich oft in letzter zeit aber macht auch einfach spaß euch immer wieder neue sachen zu zeigen die ich mir so kaufe und lange rede kurzer sinn wir fangen einfach direkt an ich habe das erste mal in meinem leben bei peso clothing bestellt und zwar peso clothing kennt ihr ja glaube ich alle muss ich eigentlich viel drüber zählen ist die ist die brand von justin und in zusammenarbeit mit lolo von lefester jagen die machen wirklich coole sachen und einen sehr guten job würde ich behaupten ich habe das jetzt die letzten jahre immer ein bisschen beobachtet im hintergrund und dachte mir so geil die kollektionen sind cool ausgearbeitet sind geile sachen dabei gewesen es war jetzt noch nie so das wo ich gesagt habe so hey das brauche ich jetzt auf jeden fall auch und muss es mir auch bestellen aber ich fand es auf jeden fall immer stabil und jetzt ist es natürlich passiert und jetzt hat er eine kollektion herausgebracht die mich so richtig gecatcht hat die basic instinct kollektion die auch gefühlt nach weiß nicht 25 sekunden wieder ausverkauft war aber erfolg gibt nicht mal doch irgendwo recht kann man nicht anzweifeln finde ich sehr nice finde ich sehr cool props dafür auch und ich habe das glück gehabt und konnte mir ein paar teile sichern ganz normal habe mir die ganze kollektion angeschaut und habe drei vier teile gefunden die ich richtig krass finde und wollte natürlich auch mal wissen wie sind die schnitte wie ist die qualität wie ist der fit und alles so sachen ich hatte gar keinen dunst davon es wird immer viel erzählt aber am besten ist man probiert es für sich selbst aus und ich lag glaube ich auch ziemlich gut damit in dem wie ich gefahren bin und deswegen ein kleines unboxing geht jetzt los wir fangen auch einfach direkt an mit dem ersten piece das habe ich auch schon an das ist dieser snake arm hoodie also sieht es mir nach ich habe jetzt die genauen bezeichnung der einzelnen teile leider nicht hier beziehungsweise im kopf aber ich versuche es so gut wie möglich zu erklären genau dieser hoodie das ist relativ basic erhalten schwarz hier oben mit dem basic instinct print hier unten noch mit dem mit dem mit dem tag drangenäht finde ich auch sehr schön sehr schönes detail und das highlight an diesem hoodie sind aber die arme also die snake prints auf den armen finde ich richtig gut kommt richtig dezent aber richtig fett und jetzt habe ich ganz schon gesagt das ist das highlight aber eigentlich ist es nicht das highlight weil das echt eigentliche highlight ist der fit von dem hoodie ich trage eine xl und noch mal gleich zur info ich bin 1,88 groß trage die xl und ich bin so krass angetan weil ich ehrlich gesagt ein bisschen angst dass der aktuelle coole boxy schnitt halt nichts für mich ist aber hier passt alles die ärmel sind lang genug nach unten hin das seht ihr nachher nochmal in dem outfit video ist der hoodie genau richtig von der länge her für eine xl also ich bin rundum zufrieden snake arms hoodie oder wie auch immer er heißt sorry for dead justin wenn ich jetzt was falsches sage aber es geht ja mehr oder weniger darum euch einfach diese sachen zu zeigen mega angetan das ist mein piece nummer eins und jetzt geht auch schon zum piece nummer zwei ja fast war ein guter versuch starten wir gleich mit dem kleinsten teil aus der kollektion es gab ja diesen zigarettenhalter den fand ich auch sehr cool aber dadurch dass ich nicht mehr rauche brauche ich das ding nicht und deswegen habe ich gedacht holst du dir einfach mal dieses schicke adlerkettchen hier ebenfalls teil der basic instinct kollektion 925 sterling silber packe ich jetzt mal aus sehr feine kette finde ich wirklich auch wieder sehr schön ich mag auch eher so silber schmuck also kommt es immer tagesabhängig bei mir aber ich mag eigentlich also silber schmuck auch sehr fein verarbeitet auch mit dem verschluss hier oben wirklich cool cool geworden hier oben hat man auch noch mal das peso tag das sieht man jetzt zwar nicht aber ist auf jeden fall da feiere ich auch so und jetzt mal gucken ob ich das jetzt hinkriege beim ersten mal ja siehst du auch so sieht die kette dann aus und gemacht ich mag es auch wenn die anhänger nicht nur an einem strang ziehen sondern an einem strang hängen das ist diese adler chain oder eagle chain oder wie auch immer man die nennen mag wie gesagt ich erfinde jetzt gerade die begriffe nimmt sie mir nach ich habe jetzt die genauen bezeichnung nicht mehr im kopf piece nummer zwei vor meiner bestellung diese kette sehr cool geworden auch großer fan nun piece nummer drei und auch das war so ein bisschen zu erwarten übrigens auch sehr coole verpackung also sehr einfach halt so ein zipp beutel mit dem mit dem wind vorne drauf bin ich sehr gut auch das war wahrscheinlich von einigen von euch zu erwarten dass ich es mir hole und zwar die cargo hose ich bin großer cargo hosen fan und kriege auch wieder immer wieder tausend nachrichten wo kauf ich meine cargos die stars ananas ich hatte jetzt in den letzten monaten sehr oft die von ilja an und eugen also von root tattoo die grüne und die schwarze und auch noch so eine kamo version davon die sind auch sehr geil wollte jetzt mal wieder was neues probieren und habe mir jetzt die von justin geholt beziehungsweise die aus der aktuellen peso basic instinct kollektion und sehe jetzt schon ich muss dazu sagen das ist eine m und ich habe krass viel abgenommen in den letzten monaten deswegen musste ich da eine ganze große runter gehen mittlerweile aber hier sieht man schon die qualität also die fest sich über übelst schön an der stoff ist echt geil hier auch wieder dieses 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 hang tag angenäht finde ich sehr schön hier hat man auch noch mal dieses ganz normale ganz normale hosen tag mit der sicherheitsnadel richtig geile qualität würde ich jetzt mal behaupten zumindest auf den ersten blick die taschen sind ziemlich geil platziert finde ich auch sehr gut man hat auch irgendwie das gefühl wenn man so guckt dass die vorderen taschen so gefühlt die arschtaschen sind weil die form davon haben aber finde ich nice bin auch schon super gespannt wie die nachher angezogen aussieht ist wie gesagt die größe m und ich war jetzt auch ich packe jetzt tatsächlich zum ersten mal aus hat man hat ja auch diese knopf applikation also ich war jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig darauf gefasst wie die aussieht aber ich bin wirklich angetan und hätte gar nicht damit gerechnet und ja also ich bin gespannt die nachher zu tragen wie gesagt hier ein bisschen knopf applikation hier ist diesmal ein bisschen anders als bei den cargos die ich zuletzt hatte dass man wenn man hier die knöpfe auf macht auch wirklich einen offenen auf einem bereich hat und nicht irgendwie nur so ein umgeklappten trotzdem stoff bereich finde ich auch sehr cool hat man viele freiheiten so in dem wie man sie tragen will genau peso clothing cargo hose in schwarz aus der basic instinct kollektion gibt es nachher auch noch mal im vollen outfit zu sehen das ist mein piece nummer drei sehr cool bin bisher sehr angetan was haben wir hier genau das ist das shirt auch wieder eine xl ich trage bei oberteilen immer xl das basic instinct logo shirt passend zur kette auch auch wieder wirklich eine gute qualität also ich bin wirklich angetan von der gruppe das verschnitte xl ist doch sehr groß kann natürlich sein dass es mir jetzt ein bisschen zu weit ist aber da bin ich mir immer unsicher wegen den größen weil xl eigentlich genau meine größe ist aber in dem fall hätte es vielleicht auch eine l sein können weil ich nicht mehr der allerbreiteste bin der ich vielleicht mal war wie dem auch sei das shirt geiler print finde ich auch wieder sehr gut ich mag wirklich diesen basic instinct logo schriftzug auch dieses geschwungene und das motiv sowieso sehr simpel gehalten und noch mal das peso logo genau auch wieder in schwarz xl werde ich euch auch noch mal im detail zeigen das ist mein piece nummer 24 genau und nun kommen wir auch schon zum letzten piece der kollektion was auch mein highlight ist das ist eigentlich das was ich von anfang an wollte und zwar die fländel jacket die hut flannel hooded jacket oder wie auch immer man die nennen mag brutale style auf fotos ich pack sie jetzt auch wohlgemerkt zum ersten mal aus ja richtig stabiles ding alle geile sache also fest sich auch wieder materialtechnisch sehr gut an hier hat man auch wieder den das peso tag obendran die kapuze hier aus dem dunkelgrauen stoff finde ich auch sehr schön und auch wieder die üblichen sachen das tag und so fußelt natürlich am anfang ein bisschen ist ja klar hart ein bisschen wenn die bei dem material ist auch so ein bisschen zu erwarten aber ich mag diese farb also diese farb diese kolorierung von dieser jakke einfach so sehr ich mag dieses rot weil das so intensiv stechend ist für kombination mit dem schwarz weiß kommt das richtig gut und ihr könnt sicherlich auch schon denken was dann gleich von fit kommt damit aber lasst euch trotzdem überraschen genau diese jacke ist so mein highlight piece und ich will jetzt auch gar nicht groß durch mal herumreden danke dass ihr das euch angeguckt habe ich werde mein outfit vorbereiten und dann gibt es nochmal das outfit das peso clothing outfit im detail als totale mit den details von den einzelnen sachen und dann hoffe ich euch hat das video gefallen ich kann abschließend dazu sagen chapeau dafür für die kollektion basic instinct ist super geworden aber die sachen davor waren auch schon sehr cool jetzt hat es mich erst mal so richtig gecatcht dass ich mir kaufen wollte also checkt es auf jeden fall aus wenn ihr flinke finger an den keyboards hat für die nächsten kollektion vielleicht habt ihr auch glück und gönnt mal euch ein teil ergattern die dinge haben mittlerweile auch schon resell das ist echt absolut verrückt aber wie gesagt qualität ist super zumindest so auf den ersten blick jetzt jetzt ziehe ich das ganze noch mal an und test das noch mal ein bisschen mehr auf herz und nieren und dann bin ich gespannt was ihr sagt ich hoffe euch hat das video gefallen lasst gerne einen daumen nach oben da lasst gerne feedback in den kommentaren da und dann sehen wir uns beim nächsten video schon wieder euer willi und dann sehen wir uns beim nächsten mal